Der Rhein ist hier, es befindet sich 117 Meter über Meerespiegel, ja wie die ganze Höhling, wo sie mit Grumpassen ist. Der Rhein ist hier, es befindet sich mit Grumpassen, es befindet sich mit Grumpassen, es befindet sich mit Grumpassen, Einmal sagen wir! Das sind alle kreativen Warten. Ich habe auch schon auf die Füße, die sind auf die Sedimenten, die Kalzium und Karbonatum, ich schätze. Das ist ein kurzerer Kreativnis. Wer ist? Ja, was mir ist... Und nicht so gut. Ich habe auch ein bisschen mehr, aber ich habe das schon viel Druck. Und ich habe es noch nicht so gut. Das ist der Kreativnis. und die Ich glaube, es kann auch die Stahl aufhörternen. Sie sehen uns das auf die Länge. Sie sehen uns die Stahl abhörternen. An der Beteilige Stahl, Beteilige Stahl, Beteilige Stahl, vielleicht noch die Trille. Sie sehen da sind die Stahl, die Karteilige Stahl, das sind diegültige Stahl. Auf der Nähne kommen wir sehen ein Stahl-Biter und ein Stahl-Miter. Hier kommt ihr ein Stahl-Koliner, dann kommt ein Stahl-Koliner und ein Stahl-Koliner. Evo, ein Salagmat, mit ein nekinesis. Nekinesis. Einmal ein, ein Kiel. Die Kiel sind die Kirchen und die Hialein. Die Hialein sind nur die Hialein. Das ist nur die Hialein. Unser Schlech im Sohn. Es ist nur die Hialein. Das ist der Hialein ist 25 m. Das ist die Hialein ist es ist die Hialein. Die Hialein sind wir diese Hialein. Und nach uns ist jetzt ein Vinograd. Ja, das ist ein Verbrechen? Ja, das ist ein Verbrechen. Es gibt auch eine gute Vino, aber wir haben hier nur eine Worte. Eine Worte. Das ist ein Verbrechen. Das ist ein Verbrechen. Das ist ein Verbrechen. Bitte, hier in der Zwischenmacht. Hier ist ein freier Platz. Halbe Gruppe rechts links. Das ist ein Verbrechen. Das ist ein Verbrechen von Wiesel. Der Extrengte hier ist ein Verbrechen. Hier ist ein Verbrechen. Ihr könnte ich vorher nur nicht machen. Der Festo ist ein Verbrechen. Das ist ein Verbrechen, der Sie vertre identifying. Bungie Jumping Center! Das ist ein Verbrechen mit drei. Ja, da bin ich da. Und da... Und da... Oktopus, aber nicht für Jams Bones. Evo, hier sind die Köln für diese Schlage. Hier ist ungefähr 40-50 Jahre alt. Die Schule zu lernen. Ein kleiner Schwerkern. Ein kleiner Schwerk, aber weiter. Ja, hier ist das Bones. Ein Schwerkern. Das ist so eine ... Das ist so eine Erste. Das ist so eine Erste. Das ist so eine Erste. Diese ist so eine Erste. Das ist so eine Erste, die wir auf dem Schwerkern. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.